Wir machen jetzt einen Sprung in die Landesliga. In Machtrenk steht heute ein ganz besonderes Spiel auf dem Programm. SC Machtrenk gegen Viktoria Machtrenk vor über 1000 Fans. Mittendrin statt nur dabei auch Reinhard Waldenberger. Genau, als die Partie Viktoria Machtrenk gegen Innova Machtrenk. 1000 Zuschauer, bombe Stimmung in der zweiten Landesliga Osten. Das erste Start der RB. Die Mannschaften gibt es schon sehr, sehr lange, aber sie waren noch nie gemeinsam. In einer Liga-Spiel stand 1-0 für Viktoria Machtrenk. In der Tabellenletzten gegen den nach Verlustrunden Tabellenführer Innova Machtrenk. Und zwar hat das Tor ein Eigenbauspieler geschossen, der 20-jährige Markus Krempel. 1-0 steht, wie gesagt, Viktoria Machtrenk. Wir haben über 1000 Zuschauer in Machtrenk. Und ja, das ist das erste Start, was es auch in England gibt. Ja, danke Reinhard Waldenberger. Also bei uns sind Sie überall live dabei. In Machtrenk, in Traunau und natürlich in Traunau. Wir hatten sie quasi ein bisschen verreden. Indevidabel, wenn sie diewiek nett workersunten schauen. Und dann vers Devol�le. Vielen Dank.